Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute am 10. Mai, Donnerstag, so mitten in der Woche, viele feiern da Vatertag. Andere feiern Himmelfahrt, was ich nur dann feiern würde, wenn Gott mir das ordiniert hätte. Aber kann man halt nicht arbeiten an diesem Tag. Deswegen setze ich mich hin und lese heute den dritten Teil der schmalkaldischen Artikel. Wir sind immer noch im zweiten Teil dieses Heftes beschäftigt. Der zweite Teil, der sich beschäftigt mit Artikeln, die das Amt und das Werk Jesu Christi bzw. unsere Erlösung behandeln. Und da sind wir im Augenblick in Kapitel 4 oder in dem vierten Artikel, das Papstamt. Und da hatten wir ja schon einige interessante Dinge zu gelesen letztes Mal. Und wer natürlich gerne mehr wissen möchte, wie Martin Luther das Papstamt beurteilt, sieht und biblisch vor allen Dingen erklärt, den lade ich gerne ein, sich meine Lesung anzuhören, die in der Videospielliste Luther 2017 integriert ist. Das Buch von Martin Luther von 1545, wieder das Papsttum zu Rom, vom Teufel gestiftet. Auch hier erwähnt er natürlich, dass der Papst der Antichrist ist, weil warum sollte er das auch nicht erwähnen? Also, wir fahren jetzt fort in diesem Artikel 4 auf Seite 31 für diejenigen, die sich auch so ein Buch besorgt haben und gerne mitlesen möchten. Da lesen wir, ich gehe vielleicht doch nochmal eben einen Absatz zurück auf den zweiten oder auf den ersten vollständigen Absatz auf dieser Seite, wo wir lesen, Dennoch wäre damit der Christenheit in keiner Weise geholfen und es würden viel mehr Sekten entstehen als zuvor. Denn weil man einem solchen Haupt nicht auf Befehl Gottes untertan sein müsste, sondern aus menschlichem guten Willen, würde es sehr leicht und bald verachtet werden und zuletzt kein Glied behalten. Es müsste auch nicht immer zu Rom oder an einem anderen bestimmten Ort sein, sondern wo und in welcher Kirche Gott einen solchen Mann gegeben hätte, der dafür geeignet wäre. Oh, das würde eine umständliche, ungeordnete Einrichtung werden. Darum kann die Kirche niemals besser regiert und erhalten werden, als dass wir alle unter dem einen Haupt Christus leben und die Bischöfe, die in Bezug auf ihr Amt alle gleich sind, obgleich sie in Bezug auf die Gaben ungleich sind. Das lesen wir unter anderem im ersten Korintherbrief, Kapitel 12, Verse 4, 8-10 und in Römer, Kapitel 12, Verse 6-8. So schreibt Hieronymus, dass die Priester zu Alexandrien alle und zusammen die Kirche regierten, wie es die Apostel und danach alle Bischöfe in der ganzen Christenheit auch getan haben, Dieses Stück zeigt unwiderleglich, dass der Papst der rechte Endchrist bzw. Antichrist ist, der sich über und wieder Christus gesetzt und erhöht hat, weil er die Christen nicht selig sein lassen will, ohne seine Gewalt, die doch nichts ist, von Gott weder angeordnet noch von Gott geboten. Das heißt eigentlich, sich über Gott und wieder Gott setzen, wie der heilige Paulus sagt, im 2. Thessalonika, Kapitel 2, Vers 4. Ihr wisst ja, das ist der für mich im Neuen Testament so ungefähr wichtigste oder das wichtigste Kapitel zur Erklärung, wer der Antichrist ist und was mit dem passiert. 2. Thessalonika, Kapitel 2. Das tut ja weder der Türke noch der Tartar, wie sehr sie auch Feinde der Christen sind, sondern sie lassen an Christus glauben, wer es will, und fordern von den Christen nur leibliche Abgaben und Gehorsam. Aber der Papst, der Papst will nicht glauben lassen, sondern er spricht, man solle ihm gehorsam sein, dann werde man selig. Bonifatius VIII., der Papst, der regierte zwischen 1294 und 1303 in seiner Bulle Unam Sanctam vom 18. November 1302, in der es heißt, und ich zitiere jetzt aus dem Stehgreif, Es ist unerlässlich für die Erlösung einer jeden menschlichen Kreatur, um Subjekt des römischen Pontiff zu sein. Tja, das sagt der Papst Bonifatius VIII. In einer Bulle, und damit sagen das alle Päpste seitdem. Außerhalb der römisch-katholischen Kirche gibt es keine Erlösung. Das ist ihr Credo. Der Papst will nicht glauben lassen, sondern er spricht, man solle ihm gehorsam sein, dann werde man selig. Also spricht er gegen Christus. Er spricht antichristlich, weil er die Worte von Jesus Christus umdreht. Das wollen wir nicht tun, wenn wir auch deswegen in Gottes Namen sterben müssten. Das kommt alles davon, dass er kraftgöttlichen Rechts, der oberste, über die christliche Kirche hat sein wollen. Darum hat er sich auch Christus gleichstellen und über Christus setzen müssen, sich das Haupt, hernach den Herren der Kirche, zuletzt auch der ganzen Welt, und geradezu einen irdischen Gott rühmen lassen, bis er sich auch den Engeln im Himmelreich zu Gebieten unterstammt. Und wenn man die Lehre des Papstes von der Heiligen Schrift unterscheidet oder sie dagegenstellt und hält, ergibt sich, dass die Lehre des Papstes dort, wo sie am besten ist, aus dem kaiserlichen, heidnischen Recht genommen ist und weltliche Rechtsstreite und Gerichte lehrt, wie seine Dekretalien bezeugen. Danach lehrt sie Zeremonien von Kirchen, Kleidung, Speisen, Personen und Kindereien, Fantasie und Narrenwerk ohne Maßen, aber in alledem gar nichts von Christus, Glauben und Gottes geboten. Bang, sage ich jetzt mal. Das ist ein Absatz, da habe ich mir ein großes pinkfarbenes Ausrufezeichen dem gemacht, mit meinem Marker, der in pink ist. Nicht, weil ich pink besonders liebe, ich habe so einen Textmarker und der ist halt in pink. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Absatz, den wir hier lesen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass Martin Luther das hier schreibt, weil schließlich schreibt er das hier ja, das sind ja Artikel, die normalerweise auf dem Konzil von Mantua hätten vorgetragen werden sollen, wenn dieses denn jemals stattgefunden hätte. Das hat aber nicht stattgefunden in 1537 und auch nicht danach, sondern das einzige Konzil, das es noch gab, das war 1545, das Konzil von Trient. Inwieweit sie jetzt dafür irgendwelche Papiere vorbereitet haben, weiß ich nicht. Ob die Protestanten, die in dem Konzil von Trient erschienen, die schmal-kaltischen Artikel mitgenommen haben und dort verbreitet haben, das ist mir nicht bekannt. Habe ich jetzt nicht besonders studiert. Es spielt im Grunde auch keine Rolle, weil wir ja wissen, dass auf dem Konzil von Trient von der römisch-katholischen Kirche durch die Aussage des Erzbischofs von Regio in der 17. Sitzung beschlossen wurde, dass die Protestanten lediglich Rebellen sind, weil sie zwar sagen, die Schrift und die Schrift alleine ist ihre einzige Autorität, aber dass sie sich halt, wenn es um den Ruhetag geht, um den Sabbat geht, sich der Lehre der römisch-katholischen Kirche unterwerfen, die den Sabbat von Samstag auf Sonntag ersetzt hat. Und übrigens, für diejenigen, die es nicht wissen, sollten Sie das vielleicht mal anschauen. Hier in Europa wurde in den 70er Jahren der Sonntag zum siebten Tag der Woche und der Montag zum ersten Tag der Woche erklärt. Was wieder mal ein Beweis ist dessen, was wir im Buch Daniel lesen, dass der Antichrist glaubt, Zeiten und Gesetze verändern zu können. Er kann sie nicht verändern, aber er kann den Menschen glauben machen, dass er sie verändert. Und wenn sie hier in Europa Montag den ersten Tag der Woche machen, was ist dann der siebte Tag der Woche? Sonntag. Ja, 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 ja. Und ihr wollt mir erzählen, dass der Sabbat abgeschafft ist? Und die römisch-katholische Kirche macht sich so viel Mühe dafür zu sorgen, dass alle Leute am Sonntag ihr folgen und nicht Gott folgen, der in der Bibel den Samstag, den siebten Tag der Woche ordiniert hat. Und hier verändern sie mit einer DIN-Norm erst im Deutschen und später im ganzen Europäischen tatsächlich die Woche dermaßen, dass sie sagen, der erste Tag der Woche ist Montag und nicht mehr Sonntag. Naja, auf jeden Fall ist es ja ganz interessant, dass wir hier nochmal kurz diesen Artikel oder diesen kleinen Paragrafen, diesen Absatz nochmal eben lesen. Ich möchte das gerne nochmal lesen. Ich finde, das ist so wichtig und es geht übrigens danach wichtig weiter. Also die nächsten zwei Absätze sind auch bei mir komplett pink angestrichen, sind auch wichtig. Aber ich möchte, dass wir das nochmal gut in uns einsinken lassen, dass wir eventuell vielleicht auch mal das Video kurz auf Pause setzen und darüber nachdenken, was ich jetzt gerade vorgelesen habe und in unserem Geiste nochmal reflektieren lassen, was das eigentlich genau heißt. Also Martin Luther schreibt hier, Und wenn man die Lehre des Papstes von der Heiligen Schrift unterscheidet oder sie dagegen stellt und hält, ergibt sich, dass die Lehre des Papstes dort, wo sie am besten ist, aus dem kaiserlichen, heidnischen Recht genommen ist und weltliche Rechtsstreite und Gerichte lehrt, wie seine Dekretarien bezeugen. Also, wie seine ganzen päpstlichen Erlässe und Entscheidungen bezeugen. Danach lehrt sie Zeremonien von Kirchen, Zeremonien von Kleidung, Speisen, Personen und Kinderreihen, Fantasie und Narrenwerk ohne Maßen, aber in alledem gar nichts von Christus, Glauben und Gottes geboten. Zuletzt ist es nichts weiter als reines Teufelswerk, wo er seine Lügen über die Messe, das Fegefeuer, das Mönchtum, eigene Werke und den Gottesdienst, der das rechte Papsttum ist, über und weder Gott lehrt und alle Christen verdammt, tötet und plagt, die einen solchen Gräuel nicht über alles erheben und ehren. Darum, so wenig wir den Teufel selbst als einen Herrn oder Gott anbeten können, so wenig können wir auch seinen Apostel, den Papst oder Endchrist oder Antichrist, in seinem Regiment als Haupt oder Herrn dulden. Denn Lügen und Mord, um den Leib und die Seele ewiglich zu verderben, ist eigentlich sein päpstliches Regiment, wie ich das in vielen Büchern bewiesen habe. Somit schließt Martin Luther hier den vierten Artikel über das Papsttum oder das Papstamt und ich wiederhole jetzt eben diesen letzten Teil nochmal, den ersten Absatz, den ich gerade so markiert habe in diesem Buch, habe ich ja schon mal gelesen, jetzt auch diesen nochmal, dass wir das bitte sehr, sehr gut verstehen und auch begreifen, dass alles, was Martin Luther hier sagt, absolut biblisch begründet ist. Und das könnt ihr ja selbst dann erfahren, wenn ihr in der Bibel solche Dinge nachschlagt. Zuletzt ist es weiter nichts als reines Teufelswerk, wo er seine Lügen über die Messe, das Fegefeuer, das Mönchtum, eigene Werke und den Gottesdienst, der das rechte Papsttum ist, über und wieder Gott lehrt und alle Christen verdammt, alle Christen tötet und plagt, die einen solchen Gräuel nicht über alles erheben und ehren. Darum, ebenso wenig wir den Teufel selbst als einen Herrn oder Gott anbeten können, so wenig können wir auch seinen Apostel, also vom Teufel, des Teufels Apostel, den Papst oder Endchrist oder Antichrist in seinem Regiment als Haupt oder Herr dulden. Denn Lügen und Mord, um den Leib und die Seele ewiglich zu verderben, ist eigentlich sein päpstliches Regiment, wie ich das in vielen Büchern bewiesen habe. Und wie gesagt, ganz sicher in dem Buch Wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet, das 1545, ein Jahr vor Martin Luthers Tod erschien und in dem er da ganz, ganz deutlich drauf eingegangen ist und das ich auf meinem Kanal gelesen habe und das ihr in der Abspielliste Luther 2017 zurückfinden könnt. 5. Zusammenfassung zum zweiten Teil der Artikel Also in diesem zweiten Teil der Artikel haben wir gesehen die verschiedenen Punkte die Messe, wir haben Missbräuche, die aus der Messe folgen, gesehen und besprochen, wir haben das Anrufen der Heiligen, der dritte Artikel Stifte und Klöster und der vierte Artikel, das Papstamt gerade eben gelesen. Jetzt kommen wir zu einer kurzen Zusammenfassung zum zweiten Teil dieser Artikel, der schmalkaldischen Artikel. An diesen vier Artikeln werden sie auf dem Konzil genug zu verdammen haben. Denn sie können und wollen uns nicht das geringste Stückchen von einem der Artikel zugestehen. Das dürfen wir gewiss sein und uns auf die Hoffnung verlassen, dass Christus, unser Herr, seinen Widersacher angegriffen hat und sich durchsetzen wird, sowohl mit seinem Geist als auch mit seiner Wiederkehr, wie wir in 2. Thessalonika, Kapitel 2, Vers 8 lesen. Amen. Denn auf einem Konzil werden wir nicht vor dem Kaiser oder der weltlichen Obrigkeit wie zu Augsburg stehen, der eine ganz gnädige Einladung aussandte und die Dinge in Güte anhören ließ, sondern wir werden vor dem Papst und dem Teufel selbst stehen, der nicht zuhören, sondern kurzerhand zu verdammen, zu morden und zur Abgötterei zu zwingen beabsichtigt. Darum dürfen wir hier nicht seine Füße küssen oder sagen, ihr seid mein gnädiger Herr, sondern wie Zacharia, der Engel zum Teufel sprach in Zacharia 3, Vers 2, Straf dich Gott, Satan. Wir kommen zum dritten Teil der Artikel. Folgende Stücke oder Artikel können wir mit Gelehrten vernünftigen oder unter uns selbst verhandeln. Denn der Papst und sein Reich achten derselben nicht viel, denn das Gewissen ist bei ihnen nichts, sondern Geld, Ehre und Gewalt. Alles. Teil 1 Die Sünde Und hier habe ich ein paar Bemerkungen zu machen. Martin Luther spricht hier gleich im ersten Absatz von der Erbsünde oder Hauptsünde. Erbsünde Und ich sage das jetzt vorher, da muss ich gleich meinen Text deswegen nicht unterbrechen. Erbsünde ist eine katholische Lehre. Es gibt keine Erbsünde. Durch den Fall der Menschen sind wir alle in Sünde und Übertretungen geboren. Durch den Fall des ersten Menschen. Aber es gibt keine Erbsünde. Das ist eine falsche katholische Lehre. Und da kann man sich auch eine Sache in der Bibel zu anschauen. Und da steht das sehr, sehr deutlich beschrieben. Wenn wir das Buch der Epheser aufschlagen in Kapitel 2 Da heißt es Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, deren der Luft herrscht, dem Geiste, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedankentaten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns wie auch die anderen. Gott aber, der Reich ist an Erbarmen, hat um unser großen Liebewillen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Das sind die ersten sieben Verse gewesen aus Epheser Kapitel 2. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt. Also wir sind geboren mit diesen Übertretungen und Sünden. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, in dem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und wir waren von Natur Kinder des Zorns wie auch die anderen. Kein Wort von einer Erbsünde. Die Erbsünde ist eine römisch-katholische babylonische teuflische Lehre. Und Martin Luther hat das nicht erkannt. Wie er so viele Dinge nicht erkannt hat. Aber er hat auch andere viele Dinge erkannt. Also nochmal ich lese dieses Heftchen hier nicht um Martin Luther zu gefallen oder ihm nach seinem Mund zu plappern. Nein, ich decke die Fehler auf, die in ihm waren. Die Fehler, wo er immer noch römisch-katholische Hefe in seinem Brot hatte. Und wir wissen, dass ein wenig Hefe den ganzen Leib verdirbt. So sagt es im Englischen. A little leaven spoils the whole lump. Oder im Deutschen sagen wir ein Rotter Apfel verdirbt den ganzen Korb. und genauso ist das mit solchen römisch-katholischen Lehren, die Martin Luther immer noch in sich hatte. Und da springen wir jetzt gleich drüber in der Lesung, die jetzt kommt, über die Sünde und deswegen diese kleine Einführung, dass wir wissen, was Martin Luther sagt, müsst ihr bitte durch die Brille lesen oder durch die Ohren verstehen, wie ich euch das jetzt gerade erklärt habe. Ihr könnt das natürlich auch schön. Ich kann ja nicht jemanden zwingen, der Wahrheit zu folgen. Ich kann nur versuchen, euch die Wahrheit beizubringen. Erbsünde oder Hauptsünde gibt es nicht. Die Sünde, Martin Luther sagt uns hier. Hier müssen wir bekennen, wie der heilige Paulus in Römer 5 Vers 12 sagt. Ja, dann werde ich doch mal eben meine Bibel in Römer 5 aufschlagen. Wenn ihr eben zu Römer gehe, wo sind wir denn hier? Johannes, Apostelgeschichte, wo war ich überall? Die Seiten sind so dünn hier von meiner Schlachterbibel, dass das gar nicht so leicht ist, hier die richtigen Bücher aufzuschlagen. Apostelgeschichte, so Römer 5 und Vers 12 da steht geschrieben, darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Alle haben gesündigt, das heißt nicht, dass es eine Erbsünde gibt, weil hiermit versucht Luther seine Erbsünde, Sünde zu erklären. Nein, 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 wir haben alle gesündigt, weil der erste Mensch gesündigt hat und von dem kommen wir und deswegen haben wir auch alle gesündigt, aber das ist deswegen keine Erbsünde. Nein, es steht hier ganz deutlich in Römer, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Und da geht es natürlich darum, dass eben dann durch einen anderen Menschen, nämlich Jesus Christus, eben auch die Erlösung kommt. So geht Römer 5 dann weiter. Die Sünde durch Adam und die Gerechtigkeit durch Christus, das ist der Titel von Römer 5. Da will ich jetzt auch nicht weiter darauf eingehen, aber es ist ganz wichtig, dass wir das, wie gerade eben auch, was ich vorgelesen hatte, Epheser 2, Vers 1, zusammen mit Römer 5, Vers 12 verstehen, dass es hier nicht um Erbsünde geht, sondern hier steht es ganz neu, hier steht nichts von Erbsünde, hier steht, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Alle sündigen, weil sie nur im Fleisch sind und nicht im Geistlichen und das Fleisch sündigt. So kann man das vielleicht zusammenfassen. Probieren wir mal den ersten Satz hier jetzt mal ganz zu lesen. Hier müssen wir bekennen, wie der heilige Paulus in Römer 5, Vers 12 sagt, dass die Sünde von dem einen Menschen Adam hergekommen ist, durch dessen Ungehorsam alle Menschen Sünder geworden, sowie dem Tod und dem Teufel unterworfen worden sind. Bis hierhin stimmt's. Und jetzt kommt Luthers Falschlehre. Das heißt die Erbsünde oder Hauptsünde. Das ist nicht wahr. Aber da hatten wir drüber gesprochen. Epheser 2, 1 und folgende hat das widerlegt. Die Folgen dieser Sünde sind danach die bösen Werke, die in den Zehn Geboten verboten sind, wie der Unglaube, falscher Glaube, Abgötterei, ohne Gottesfurcht sein, Vermessenheit, Verzweiflung, Blindheit, kurzum, Gott nicht kennen oder Gott nicht achten. Danach lügen, bei Gottes Wort schwören, nicht beten, Gott nicht anrufen, Gottes Wort nicht achten, den Eltern ungehorsam sein, morden, unkeusch leben, stehlen, betrügen und so weiter. Diese, zwischen Anführungszeichen, Erbsünde ist eine so ganz tiefe, böse Verderbnis der Natur, dass sie die Vernunft nicht erkennt, sondern aus der Heiligen Schrift als Offenbarung geglaubt werden muss, wie wir in Psalm 51,7 zum Beispiel lesen können. In Psalm 51,7 heißt es, denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. Dann folgt ein Zitat hier von Römer 5, 12 bis 21, das habe ich aber gerade eben schon gelesen, deswegen gehen wir zurück in das zweite Buch Mose, mit anderen Worten das Buch Exodus und da lesen wir in Kapitel 33, Vers, wo ist das hier, aber eben, zweite Mose 33, Vers 20, dort lesen wir und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. und im ersten Buch Mose Kapitel 3, Verse 6 bis 9, da muss man eben ganz zum Anfang hier der Bibel zurückgehen, erste Buch Mose Kapitel 3, Verse 6 bis 9, da steht, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust, äh, Moment, 3, 6 bis 9, ja, und dass er eine Lust gut zu essen und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihren Mann, der bei ihr war und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Und so weiter und so weiter. Erstes Buch Mose, Kapitel 3, Verse 6 bis 9, um den Punkt von Martin Luther hier zu machen. Darum ist das nichts als Irrtum und Verblendung wieder diesen Artikel, was die Scholastiker gelehrt haben. Erstens, also das ist jetzt, gut aufpassen, das ist jetzt, was die Scholastiker gelehrt haben, also die Gnostiker, die sogenannten Gelehrten aus dieser Welt. Erstens, nach dem Sündenfall Adams sind die natürlichen Kräfte des Menschen ganz unverdorben geblieben. Der Mensch hat vor Natur eine rechte Vernunft und der Mensch hat vor Natur einen guten Willen, wie dies die Philosophen lehren. Zweitens, der Mensch hat einen freien Willen, Gutes zu tun und Böses zu lassen und umgekehrt, Gutes zu lassen und Böses zu tun. Merkt ihr, Martin Luther ist hier ganz klar ein Gegner des freien Willens, wie ich es auch bin. Es gibt keinen freien Willen. Das ist eine teuflische, katholische Lehre. Die Scholastiker lehren, der Mensch hat einen freien Willen, Gutes zu tun und Böses zu lassen und umgekehrt, Gutes zu lassen und Böses zu tun. Drittens, der Mensch kann aus natürlichen Kräften alle Gebote Gottes tun und halten. Viertens, er kann aus natürlichen Kräften Gott über alles und seinen Nächsten wie sich selbst lieben. Fünftens, wenn der Mensch tut, so viel an ihm liegt, gibt Gott ihm gewiss Gnade. Sechstens, wenn er zum Sakrament gehen will, also das ist die Kommunion, die Messe, ist nicht der gute Vorsatz notwendig, Gutes zu tun, sondern es ist genug, dass er nicht den bösen Vorsatz hat, Sünde zu tun. So sehr ist die Natur und das Sakrament wirkungsvoll. Siebtens, es ist nicht in der Heiligen Schrift begründet, dass zu einem guten Werk der Heilige Geist mit seiner Gnade notwendig ist. Also, wir sehen, wie die Scholastiker hier 180 Grad entgegensetzt der Bibel lehren. Weil Jesus Christus hat gesagt, sagt, ich muss fortgehen, dass der Tröster kommt, der euch in alle Wahrheit führen wird. Also, die Scholastiker sagen hier in Punkt 7, es ist nicht in der Heiligen Schrift begründet, dass zu einem guten Werk der Heilige Geist mit seiner Gnade notwendig ist. Und wir lesen dagegen im Kapitel 16 von Johannes. Dort lesen wir dann in Kapitel 16 Vers 12 und folgende Noch vieles hätte ich euch zu sagen, also das ist Jesus, der hier spricht, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von den meinen wird er nehmen und euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem meinen nehmen und euch verkündigen wird. Also Jesus spricht hier über den Heiligen Geist, von dem die Scholastiker sagen, es ist nicht in der Schrift begründet, dass zu einem guten Werk der Heilige Geist mit seiner Gnade notwendig ist. Und hier sagt Jesus genau das Gegenteil. Er sagt, wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Also ist der Geist notwendig dafür, dass er uns in alle Wahrheit leitet und damit eben auch zu den guten Werken und der Gnade, dass er uns in der Gnade, die Gott uns erweist, begleitet. Punkt 8 oder er wäre nur für den Leib und nicht auch für die Seele gestorben, weil die Seele gesund und allein der Leib des Todes ist. Also ihr habt jetzt gemerkt, Punkt 8 ist hier im Grunde eine Widerlegung dessen der ersten sieben Punkte von Martin Luther biblisch gesehen, dass er sagt, solche und dergleichen viele Artikel, also die Artikel 1 bis 7, die ich gerade von den Scholastikern vorgelesen hatte, sind aus dem Unverstand und dem Unwissen sowohl über die Sünde als auch über Christus unseren Heiland entstanden, weil eben Scholastiker weltliche Professoren, Gelehrte, Gestudierte eben den Geist nicht haben und den Geist auch nicht verstehen können. Deswegen sind diese Artikel aus dem Unverstand und Unwissen entstanden. Sie sind ganz heidnische Lehren, weil der Gnostizismus ist heidnisch. Heidnische Lehren, die wir Christen nicht dulden können. Denn wenn diese Lehre richtig sein sollte, also die sieben Punkte, die ich euch gerade vorgelesen hatte, wenn die richtig sein sollten, dann wäre Christus vergeblich gestorben, weil kein Schaden und keine Sünde im Menschen ist, für die er sterben musste. Oder er wäre nur für den Leib und nicht auch für die Seele gestorben, weil die Seele gesund und allein der Leib des Toes ist. So viel zur Sünde. Im zweiten Punkt sprechen wir über das Gesetz. Hier glauben wir, sagt Luther, dass das Gesetz von Gott zuerst gegeben ist, um der Sünde durch Androhung und Abschreckung der Strafe und durch Verheißung und Angebot der Gnade und Wohltat zu steuern. Aber das alles ist aufgrund der Bosheit, die die Sünde im Menschen bewirkt hat, übel geraten. Denn die einen sind davon ärger geworden, insofern sie dem Gesetz darum Feind sind, weil es verbietet, was sie gerne tun und gebietet, was sie ungern tun. Deshalb tun sie, wenn sie es ungestraft können, nun mehr wieder das Gesetz als zuvor. Das sind dann die rohen, bösen Leute, die Böses tun, so oft sie Gelegenheit dazu haben. Okay, dazu möchte ich mal eben, dass das ganz deutlich wird, ein Stück aus der Bibel vorlesen. Also wir hatten gerade eben gelesen, dass Martin Luther hier sagt, deshalb tun sie, wenn sie es ungestraft können, nee, den Satz davor brauche ich schon, denn die einen sind davon Ärger geworden, insofern sie dem Gesetz darum Feind sind, weil es verbietet, was sie gerne tun und gebietet, was sie ungern tun. Was sagt denn Paulus dazu? In Römer Kapitel 7 Verse 14 Das ist unter der Überschrift Das Fleisch und die innewohnende Sünde, innenwohnende, hier geht es also nicht um Erbsünde, das ist die Bibel, da lesen wir, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Und jetzt kommt es, denn was ich vollbringe, billige ich nicht, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in mein Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz, Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus unserem Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Besser kann man es nicht ausdrücken. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Sehr gut gesagt von Paulus und er unterstützt damit natürlich den Punkt oder besser gesagt Martin Luther greift auf diesen Punkt von Paulus hier zurück, indem er sagt, denn die einen sind davon verärgert geworden, sofern sie dem Gesetz darum feind sind, weil es verbietet, was sie gerne tun und gebietet, was sie ungern tun. Deshalb tun sie, wenn sie es ungestraft können, nunmehr wieder das Gesetz als zuvor. Das sind dann die rohen, bösen Leute, die Böses tun, so oft sie Gelegenheit dazu haben. Die anderen werden blind und vermessen. Sie bilden sich ein, dass sie das Gesetz halten und aus ihren Kräften halten können, wie eben oben von den Scholastikern gesagt worden ist. Die Scholastiker sagten ja, der Mensch kann diese Leute, die das tun, werden blind und vermessen. Sie bilden sich ein, dass sie das Gesetz halten und aus ihren Kräften halten können, wie von den Scholastikern gesagt wurde. Daraus entstehen die Heuchler und die falschen Heiligen, die falschen Christen, sage ich mal, um es deutlich zum Ausdruck zu bringen. Aber die vornehmste Aufgabe bzw. Wirkung des Gesetzes ist, dass es die Erbsünde, das ist die verkehrte Lehre, mit all ihren Folgen offenbart und dem Menschen zeigt, wie tief seine Natur gefallen und abgrundtief verdorben ist, so dass das Gesetz ihm sagen muss, dass er keinen Gott hat, noch achtet bzw. fremde Götter anbetet, was er vorher und ohne das Gesetz nicht geglaubt hätte. Dadurch wird er aufgeschreckt, gedemütigt, verzagt, verzweifelt und will gerne, dass ihm geholfen wird. Und er weiß nicht, wo hinaus fängt an, Gott feind zu werden und zu murren und so weiter. Das heißt dann in Römer Kapitel 4 Vers 15 das Gesetz erregt Zorn und in Römer 5 20 die Sünde wird größer durch das Gesetz. Teil 3 Nach der Sünde das Gesetz kommt jetzt die Buße. Diese Aufgabe des Gesetzes behält das Neue Testament bei und lehrt es auch, wie Paulus in Römer 1 18 tut und spricht Zitat Gottes Zorn wird vom Himmel über alle Menschen offenbart Ende Zitat Ebenso in Römer Kapitel 3 Vers 19 und fortfolgende Alle Welt ist schuldig Gott und kein Mensch ist vor ihm gerecht und Christus der in Johannes 16 Vers 8 sagt Der Heilige Geist wird die Welt um ihre Sünde willen anklagen Das ist Das ist nun der Blitz Ihr Ihr mögt Wer und wie groß weise mächtig und heilig sein wie ihr wollt Hier ist keiner gerecht und so weiter Aber zu dieser Aufgabe des Gesetzes fügt das Neue Testament sogleich die tröstliche Verheißung der Gnade durch das Evangelium hinzu der man glauben muss So spricht Jesus in Markus 1 15 Tut Buße und glaubt dem Evangelium Das heißt Werdet und macht es anders und glaubt meiner Verheißung Und vor ihm wird Johannes ein Prediger der Buße genannt Doch zur Vergebung der Sünden in Markus 1 Vers 4 Das heißt er sollte sie alle anklagen und zu Sündern machen damit sie wussten wer sie vor Gott sind und sich als verlorene Menschen erkannten und so für den Herrn bereit wurden die Gnade zu empfangen und die Vergebung der Sünden von ihm zu erwarten und anzunehmen So sagt auch Christus in Lukas 24 47 selbst Zitat Man muss in meinem Namen in aller Welt Buße und Vergebung der Sünden predigen Ende Zitat Wo das Gesetz aber allein ohne das hinzufügen des Evangeliums dieser Aufgabe nachkommt da sind der Tod und die Hölle und der Mensch muss wie Saul und Judas verzweifeln dazu können wir vergleichend lesen im ersten Buch Samuel Kapitel 28 Vers 20 31 Vers 4 und Matthäus 27 Verse 3 bis 7 Wie der heilige Paulus sagt in Römer 7 Vers 10 Das Gesetz tötet durch die Sünde Andererseits gibt das Evangelium nicht nur auf eine Art Trost und Vergebung sondern durch das Wort das Sakrament und dergleichen wie wir hören werden damit die Erlösung bei Gott ja reichlich wie Psalm 130 Vers 7 sagt wieder das große Gefängnis der Sünden sei Jetzt aber müssen wir die falsche Buße der Sophisten gegen die rechte Buße halten damit sie beide desto besser verstanden werden Mit Sophisten gebraucht Luther hier einen abfälligen Ausdruck für die scholastischen Theologen des Mittelalters und ihr wisst ja Sophistik und Kasuistik haben wir ja in meinen Videos bereits mehr als genug besprochen das hat also selbst Luther vor 500 Jahren schon erkannt So viel zum Thema der Buße jetzt kommen wir zum nächsten Punkt die falsche Buße nämlich die falsche Buße der Papisten Papisten ist übrigens kein anderes Wort als für Katholiken dass wir uns da eben mal deutlich verstehen jeder der den Papst über Gott stellt ist ein Papist und die Katholiken tun das alle das müssen sie nach ihrem Katechismus und nach römisch kanonischem Recht auch tun und nein das ist keine Anklage gegen Katholiken das ist um es euch mal deutlich zu machen und euch zu fragen wem wollt ihr eigentlich gehorchen dem Menschen dem falschen Christen oder dem wahren Jesus Christ aus der Bibel die Frage müsst ihr für euch selbst beantworten und die Entscheidung müsst ihr für euch selbst treffen das hat nur nichts mit freiem Willen zu tun lasst euch vom Geist leiten und dann werdet ihr sehen welchem Willen ihr folgt also die falsche Buße der Papisten es ist unmöglich gewesen dass sie Recht von der Buße lehren konnten weil sie die rechte Sünde nicht erkannten denn sie denken über die Erbsünde wie oben gesagt nicht richtig sondern sagen die natürlichen Kräfte des Menschen seien unversehrt und unverdorben geblieben die Vernunft könne richtig belehren und der Wille könne daraufhin richtig handeln so dass Gott gewiss seine Gnade gibt wenn ein Mensch tut so viel entsprechend seinem freien Willen an ihm liegt das ist so voll Gnosticismus und sophistischer Sprache dass ich hier gar nicht weiter drauf eingehe das habt ihr selbst alle gut genug verstanden hieraus musste folgen dass sie allein für die Tatsünden Buße taten wie böse Gedanken in die sie eingewilligt hatten denn böse Regungen Begierde und Affekte galten nicht als Sünde böse Worte böse Werke die der freie Wille gut hätte unterlassen können und für diese Buße setzten sie drei Teile fest Reue Beichte und Genugtuung mit dieser Vertröstung und Zusage wenn der Mensch richtig bereut beichtet und genug tut hat er damit die Vergebung verdient und die Sünde vor Gott bezahlt so unterwiesen sie die Leute sich in der Buße auf die eigenen Werke zu verlassen von daher kam das Wort auf der Kanzel wenn man die allgemeine Beichte dem Volk vorsprach erhalte mir Herr Gott mein Leben bis ich für meine Sünden Buße getan und mein Leben gebessert habe hier wurde kein Christus und nichts vom Glauben erwähnt sondern man hoffte mit eigenen Werken die Sünde vor Gott zu überwinden und zu tilgen in dieser Absicht wurden wir auch Priester und Mönche entgegen wirken wollten hier weiß Luther ganz sicher wovon er spricht er war jahrelang im Augustiner Kloster und ist an der Suche nach Vergebung durch den Herrn beinahe zugrunde gegangen in dieser Absicht sagt er deswegen hier wurden wir Priester und Mönche weil wir selbst der Sünde entgegen wirken wollten wir wollten es selbst ohne die Gnade ohne das Zutun Gottes und das heißt durch Gnade seid ihr rettet und das nicht durch eure Werke auf das niemand sich rühme mit der Reue verhielt es sich folgendermaßen weil niemand sich auf alle seine Sünden besinnen konnte besonders auf die die er in einem ganzen Jahr begangen hatte fanden sie folgenden Ausweg Wenn die unbewussten Sünden danach bewusst wurden musste man sie auch bereuen und beichten und so weiter währenddessen waren sie der Gnade Gottes befroren Weil niemand wusste wie groß die Reue sein müsste damit sie Jahr vor Gott ausreichend war gaben sie außerdem den folgenden Trost Wer keine Contritio also Reue haben konnte sollte Atritio haben die ich eine halbe oder den Anfang der Reue nennen möchte Denn sie haben selbst alle beide nicht verstanden und wissen auch jetzt noch nicht was sie bedeuten so wenig wie ich Diese Atritio wurde dann Contritio angerechnet wenn man zur Beichte ging Und wenn es geschah dass zum Beispiel einer sprach er könnte nicht bereuen noch über seine Sünde Leid empfinden wie es bei Hurenliebe und Rachgier und so weiter geschehen konnte fragten sie ob er denn nicht wünsche oder gerne wollte dass er Reue empfinden möchte sprach er dann ja denn wer wollte hier nein sagen außer dem Teufel selbst nahmen sie es als Reue an und vergaben ihm auf solch ein gutes Werk hin seine Sünden dafür führten sie den heiligen Bernhard als Beispiel an da da geht es um Bernhard von Clairvaux der lebte zwischen 1091 also 1091 und 1153 er trat 1113 in den Zisterzinserorden ein und wurde 1115 Abt des Klosters Clairvaux er gewann nicht nur auf seine Orden sondern auf die Theologie und Kirchenpolitik einen großen Einfluss An dieser Stelle beruft man sich zu Unrecht auf ihn sagt hier eine Fußnote in dem Schreiben Rom beruft sich zu Unrecht auf ihn dafür führten sie den heiligen Bernhard an und den kann natürlich nur jemand anrufen der ihn auch als heiligen absektiert ein Mönch in einem Mönchs Zisterzinser Orden ist schon mal kein Heiliger Heiliger sind die bibeltreuen Christen wie wir in der Bibel gelernt haben und den heiligen Bernhard naja gut hier sieht man fährt Martin Luther fort wie die blinde Vernunft in Gottes Sachen umher tappt und in den eigenen Werken nach ihrer eigenen Einbildung Trost sucht und weder an Christus noch den Glauben denken kann wenn man es nun bei Licht besieht ist diese Reue ein selbst gemachter und erfundener Gedanke aus eigenen Kräften ohne Glauben und ohne rechtes Wissen von Christus in dem zuweilen der arme Sünder wenn er an die Begierde oder Rache dachte lieber gelacht als geweint hätte ausgenommen diejenigen die entweder durch das Gesetz richtig getroffen oder von dem Teufel nutzlos mit einem traurigen Geist geplagt wurden Sonst ist diese Reue gewiss reine Heuchelei gewesen und hat die Begierde der Sünde nicht getötet denn sie mussten bereuen hätten aber lieber mehr gesündigt wenn es frei gewesen wäre mit der Beichte stand es folgendermaßen jeder musste alle seine Sünden aufzählen was ein unmögliches Ding ist das war eine große Marte also Tortur ein großes Quälen die er aber vergessen hatte wurden ihm unter der Bedingung vergeben dass er sie noch beichten musste wenn sie ihm noch einfielen dadurch konnte er niemals wissen wann er rein genug gebeichtet hatte oder wann das Beichten einmal ein Ende haben sollte trotzdem wurde er auf seine Werke verwiesen und es wurde ihm gesagt je reiner er beichte und je mehr er sich schäme und sich selbst vor dem Priester erniedrige umso eher und besser leiste er für die Sünden genug tun denn eine solche Demut erwerbe bei Gott gewiss Gnade hier war auch kein Glaube hier war auch kein Christus und von der Kraft des Freispruchs wurde ihm nichts gesagt sondern sein Trost war auf das Sünden aufzählen und das Schämen begründet es ist aber nicht zu erzählen welche Martha Schurkerei und Abgötterei solches Beichten angerichtet hat die Genugtuung ist erst recht der aller weitläufigste Teil denn kein Mensch konnte wissen wie viel er für eine einzige Sünde tun sollte geschweige denn für alle hier fanden sie nun einen Ausweg indem sie wenig Genugtuung auferlegten die man leicht einhalten konnte wie fünf Vater Unser Beten einen Tag Fasten und so weiter mit der übrigen Buße wies man sie in das Fegefeuer hier war nun auch weiter nichts als Jammer und Not einige meinten sie würden nimmer aus dem Fegefeuer kommen weil nach den alten kirchenrechtlichen Bestimmungen zu einer Todsünde sieben Jahre Buße gehörten dennoch gründete sich die Zuversicht auch auf unser Werk der Genugtuung und wenn die Genugtuung hätte vollkommen sein können wäre die Zuversicht ganz darauf gegründet worden und es wären weder Glaube noch Christus von Nutzen gewesen aber es war unmöglich wenn wenn nun einer 100 Jahre auf diese Weise Buße getan hätte hätte er doch nicht gewusst wenn er genug gebüßt hat das bedeutete immer da Buße tun und nimmermehr zur Buße kommen hier kam nun der heilige Stuhl zu Rom der armen Kirche zu Hilfe und erfand den Ablass dadurch vergab er und hob die Genugtuung auf erst Einzelne dann sieben Jahre 100 Jahre und so weiter und er verteilte es unter die Kardinäle und Bischöfe dass der eine 100 Jahre der andere 100 Tage Ablass gewähren konnte aber die ganze Genugtuung aufzuheben behielt er sich allein vor als dies nun begann Geld einzubringen und der Handel mit Bullen gut gedieh er dachte er das Jubel Jahr das Jubel Jahr auch heiliges Jahr wurde 1300 von Bonifatius dem Achten von 1302 1300 führte er das heilige Jahr ein Es sollte alle 100 Jahre gefeiert werden Diese Zeit wurde 1343 auf 50 Jahre 1389 auf 33 Jahre ein Schemme wer Böses bei dieser Jahreszahl denkt das Lebensalter Jesu wird hier angeführt und 1470 auf 25 Jahre verkürzt Es gewährte allen Rom-Pilgern vollen Absatz und brachte viel Geld nach Rom Also als dies nun begann Geld einzubringen der Ablass und der Handel mit Bullen gut gedieh erdachte er das Jubeljahr und verlegte es nach Rom das bedeutete Vergebung aller Strafe und Schuld Da liefen die Leute hinzu denn es wäre jedermann gern die schwere unerträgliche Last losgeworden Das hieß die Schätze der Erde zu finden und zu heben So gleich eilte der Papst auf diesem Weg weiter und machte viele Jubeljahre aufeinander aber je mehr Geld er verschlang umso weiter wurde ihm der Schlund Darum schickte er es danach durch Legaten hinaus in die Länder bis alle Kirchen und Häuser voll von Jubeljahren wurden Zuletzt drängte er sich auch ins Fegefeuer unter die Toten ein Zuerst mit dem Stiften von Messen und Vigilien für Verstorbene danach mit dem Ablass und dem Jubeljahr schließlich wurden die Seelen so billig dass er einen Schwertgroschen freigab doch half auch das alles nicht denn der Papst obgleich er die Leute lehrte sich auf diesen Ablass zu verlassen und ihm zu vertrauen machte es andererseits auch ungewiss denn er setzte in seine Bulle Zitat wer des Ablasses oder des Jubeljahres teilhaftig werden will der soll bereut und gebeichtet haben und Geld geben Ende Zitat Nun haben wir oben gehört dass diese Reue und Beichte bei ihnen ungewiss und Heuchelei ist Desgleichen wusste auch niemand welche Seelen im Fegefeuer waren und insofern einige darinnen waren wusste niemand welche richtig bereut und gebeichtet hatten so nahm er das Geld und flößte ihnen durch seine Macht und durch den Ablass Zuversicht ein und verwies sie andererseits doch auf ihre ungewissen Werke Wenn es nun einige gab die sich nicht solcher Tatsünden mit Gedanken Worten und Werken schuldig fühlten wie ich und meines gleichen in Klöstern und Stiften Mönche und Priester sein wollten Beten Messe halten harter Kleidung und Lagerstätte und so weiter wieder böse Gedanken uns wehrten und mit Geist und Gewalt heilig sein wollten und doch das erbliche angeborene böse etwa im Schlaf taten wie auch Augustin und Hieronymus mit anderen bekennen was seine Art ist hielt doch ein jeder vom anderen dass einige so heilig wären wie wir lehrten die ohne Sünde voller guter Werke wären so dass wir daraufhin unsere guten Werke als uns überschüssige für andere dem Himmel mitteilten und verkaufen das ist gewiss nicht wahr und es sind dafür Siegel Briefe und Beispiele vorhanden diese bedurften der Buße nicht denn was wollten sie bereuen da sie doch in böse Gedanken nicht einwilligten was wollten sie beichten da sie doch die bösen Worte vermieden wofür wollten sie genug tun leisten da sie doch der Tat nicht schuldig waren so dass sie auch anderen armen Sündern die überschüssige Gerechtigkeit verkaufen konnten solche Heiligen waren auch die Pharisäer und Schriftgelehrten zur Zeit Christi und die modernen Pharisäer und Schriftgelehrten sind die Menschen in der Hierarchie der römisch katholischen Kirche und hiermit möchte ich es für heute bei dieser Lesung belassen weil wir fahren noch über zwei Seiten fort bis zum nächsten Punkt wir nehmen es hier in der vierten Lesung der schmalkaldischen Artikel nächstes Mal auf ich danke euch fürs Zuhören und Zuschauen und bitte euch inbrünstig eure eigenen Studien zu machen anzufangen bei der Bibel und wenn ihr nicht wisst welche die rechte Bibel ist dann schaut meine Lesung in der Spielliste die Bibel korrekt oder korrupt in Deutsch empfehle ich die Schlachter 2000 aus der ich hier jetzt auch die Zitate vorgelesen habe und in Englisch bleibe ich unverändert bei der 1611 König James Bibel für heute vielen Dank für eure Gesellschaft und eure Kommentare und bis zum nächsten Mal Maranatha Froh Tschau Tschau Tchau Tschau Tchau Sp sandbox الت Schau 槍